Guten Tag an Weihnachtstag, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr, obwohl ich dazu sicher noch ein Video mache und ich möchte mich bei all euch bedanken für die große Unterstützung bei meinen Assistenten, für die gute Arbeit jedes Jahr und bei all den Leuten, die uns unterstützt haben mit dem Buch. Und ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten und wir sehen uns dann im neuen Jahr und ja, das war's. Ciao.